Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Tuck, der Unnamed Game. Wir haben in der letzten Folge hier eine neue Tür eingebaut. Und damals ist mir aufgefallen, das Gebäude ist hier viel zu niedrig, weil die Tür viel höher ist. Das ist ja so eine monsterübertriebene Tür. Und außerdem haben wir hier immer noch offen. Das ist auch eigentlich ganz wichtig, weil ich möchte ja hier eigentlich gerne auch zwischendurch noch rein und rauslaufen. Aber eventuell machen wir uns hier anstelle von dem Zäunchen hier eine richtige Mauer hin. Dass wir also eine richtige kleine Mauer hier ziehen aus Steinen. Und wir dann tatsächlich den Zaun wieder abbauen. Den können wir ja woanders wieder aufbauen. Ich weiß gar nicht, ob wir den Weinfans wieder aufheben können. Wir versuchen das mal hier hinten beim letzten Stück. Da stellen wir uns jetzt mal hin und dann sagen wir hier aufsammeln. Und es hat geklappt. So. Jetzt habe ich nochmal hier, muss ich nochmal gucken. Wir setzen ihn jetzt erst noch mal ganz kurz hier hin. Schwing. So. Aber jetzt wissen wir ja, dass es hier weg geht. Und dass wir das dann hier austauschen können. Als nächstes brauchen wir erstmal Fruitwood. Wir hatten ja in der letzten Folge gesagt, wir wollen noch ein bisschen Fruitwood sammeln. Und wir brauchen unser Schwert. Falls die Dinger hier kommen und uns angreifen. Was sie auf jeden Fall tun werden. Das ist ein Maplewood. Das ist ein Maplewood. Das ist ein Maplewood. Das hier ist eine Green Fruitwood. Fruitwood. Ja, werden wir hier belagert. Nö. Sieht ganz gut aus. Gut. Dann machen wir hier mit der Vier erstmal hier ein bisschen Fruitwood. So. Und zwar machen wir den klein. Und sammeln erstmal alles auf, was wir hier so finden. Schon mal ganz gut. Und dann müssen wir noch ein bisschen mehr von dem Fruitwood haben. Das ist alles Maple. Das sehe ich am Baumstamm. Das hier könnte einer sein. Das ist ein Orange Fruitwood. Ich weiß nicht, ob der das gleiche Holz liefert. Das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Schwebt hier noch was rum? Nö. Gut. Wir haben jetzt hier Fruitwood. 29 Stück. Wir haben hier unten das hier. Also Fruitwoods bringen alle dasselbe Holz. Gut. Gut zu wissen. Dann legen wir jetzt mal los und sammeln erst noch ein bisschen was von dem Zeug ein. Das sind die mit dem dunklen Stamm. Also die hier. Jetzt ist sie kaputt. Aber das macht nichts. Wir holen uns einfach die nächste. Ich habe ja zum Glück drei Stück dabei. Das ist ein Brown Fruitwood. Das ist ein Orange Fruitwood. So. Wollen wir mal gucken hier an. Schub, 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 schub. Alles mal alles einsammeln. So. Und. Wir schauen uns mal hier an. Das hier ist ein Maple. Das ist auch ein Maple. Ja. Also nur die dunklen hier sind die Fruitwoods. Das ist wieder braun. Dann nehmen wir jetzt hier den Orange noch mit. Ein bisschen Erde ist immer dabei. Ach so. Wir hatten ja herausgefunden, man muss gar nicht oft drauf drücken. Man muss nur einfach gedrückt lassen und schon wird alles aufgesammelt. So. Hier haben wir auch noch ein paar dunkle. Nehmen wir jetzt den hier mit. Den. Und dann können wir... Oh. Bist du gleich schon kaputt? So. Dann macht den Green. Und dann haben wir hier noch die Dinger. Da liegt noch ein Baumstamm. Manchmal trifft er den nicht. Ziegen. Mal gucken, wie viel Fruitwood wir jetzt haben. 164 Stück. Ich weiß nicht, ob das schon ausreicht. Aber wir haben ja eigentlich viel vor in dieser Folge. Wir wollen ja auch mal nach dem Zaun gucken. Also nach dem Mäuerchen, was wir bauen wollen. Deswegen laufe ich jetzt schon mal zurück. Werde ich hier verfolgt oder was? Ach nein, ich bin wieder in die Pflanze getreten. Das mit den Pflanzen ist nämlich ganz neu. Man bekommt erst seit kurzem Schaden, wenn man in diese Pflanze reinläuft. Deswegen muss man jetzt gucken. Ich muss mich erst dran gewöhnen. Dann hüpfen wir jetzt hier wieder auf unsere Behelfsaufstiegs-Dings hier. So. Und das Fruitwood habe ich noch nicht dabei. Das müssen wir uns jetzt mal hier reinlegen. Dann setzen wir jetzt hier überall das Holz drauf. Das müsste ja mit den Fackeln auch funktionieren. Das hier hat schon mal nicht funktioniert. So. Einmal die Axt dahin. So. Vier. Vier. Ach, das war schon. Das war schon gesetzt. So. Müssen wir jetzt mal hier. Hier fehlt doch eins, oder? Das ist eine dicke Mauer. Wieso? Wieso haben wir denn hier eine dicke Mauer hingesetzt? Das ist ja mein erstes Gebäude gewesen. Kann sein, dass ich hier noch nicht so richtig bauen... Noch nicht so richtig gebaut habe. Äh, nee, der ist falsch. So, vier. Also noch nicht so richtig gebaut. Da hoffe ich, dass ihr mir in der Zwischenzeit zugesteht, dass ich so beim Bauen ein bisschen was gelernt habe. Dass meine Gebäude jetzt ein bisschen schöner aussehen wie früher. Ja, hoffe ich, dass ihr das anerkennt. So, ich würde sagen, hier bauen wir hoch. Vielleicht bauen wir einfach gleich beide. So. 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 Vielleicht hauen wir da unten nachher nochmal ein paar Steine wieder weg. Äh, Hölzer wieder weg. Da fehlt noch einer. Machen die Fenster ein bisschen größer, um das Ganze, um die Optik ein bisschen anzupassen. So. Ja, da hinten fehlt noch eins. Habe ich gesehen. Der ist falsch. Vier. Da. 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 Hier. Dort. Den fehlenden. Vielleicht laufen wir doch so. Na, kriegen wir da nur immer zwei. Ein bisschen wenig. So. Hier gehen drei. Nein, da ist ja wieder Hunger. Mann, nee. Das gibt's doch gar nicht. Wie kann man denn so verfressen sein? Oh, sch***. Ich möchte das aber jetzt eigentlich gar nicht hier noch zu Ende machen. Halt dir deinen Hunger mal kurz ein. Das wirst du wohl überleben. Zehn Sekunden warten mit dem Essen. Jetzt habe ich kein Holz mehr. Zwei Stück fehlen mir noch. Zwei Stück. Nein. Echt jetzt? Zwei Stück? Mann. Hier meine Aufstiegsstelle. Oh, ja, ja. Ich habe es gesehen. Du kriegst jetzt was zum Futtern. Stimmt ja, der Krabbel-Modus war ja, man muss nur gedrückt halten. Da muss ich mir auch erst dran gewöhnen. Ich meine, das hätte früher nicht funktioniert. So. Dann gehen wir noch mal hier rein und machen noch mal hier mit unserer Spitzhacke, mit unserer Axt, machen wir die Fenster noch ein bisschen größer. Dann haben wir auch wieder mehr Holz. Das ist natürlich riesig dann. Naja, egal. So, sieht das was aus? Naja, naja. Naja, ich weiß nicht. Naja, wir machen das jetzt erstmal so. Wir gucken uns das später nochmal genauer an. Vielleicht kann man da noch was schöner machen. Also, das ist jetzt, eigentlich finde ich die Fenster zu groß. Bin ich voll beladen, oder was? Naja. Gut, hier Holzkiste. Da legen wir jetzt erstmal die rein. Und dann habe ich hier noch die Hölzer. Die legen wir da hin. Die können wir vielleicht da hinpacken. Das können wir auch rauswerfen. Das hat hier nichts drin zu suchen. Hier können wir noch was dazu legen. Das können wir da hinlegen. Jetzt habe ich ein bisschen Platz wieder. So, hier. Da legen wir jetzt erstmal hier die ganzen Samen rein. Die wir eigentlich gar nicht brauchen. Jetzt können wir hier das wieder aufsammeln. Axt. Haben wir eine Hand. Gut. Ja, diese mysteriöse dicke Wand hier. Keine Ahnung, warum die so dick geworden ist. Haben wir da mal was falsch gebaut gehabt, oder was? Jetzt geht gleich die Axt kaputt. So. Ist ja primär dafür da, dass unsere kleinen Freunde hier nicht reinkommen. So. Das müsste jetzt eigentlich, das hier müsste der Fruitwood sein. Ja. Nummer 4. So. Auf die Behelfsaufstiegsmöglichkeit hier. So. Dann hier 1, 2. 1, 2. Bis wohin geht's. Und dann müssen wir natürlich hier den Türsturz noch hinbauen. Jetzt komme ich da nicht hin, oder was? So. Mal hier oben entlanglaufen. Gucken. Mal hier oben. So. Der muss dann weg. Und da oben kommt noch einmal Holz drunter. Ist ein bisschen dicker. Damit das ein bisschen massiver da aussieht. So. Das hätten wir jetzt. Das ist dann auch... Alle Fenster haben dann auch die gleiche Höhe. Das haben wir weg. So. Das wäre dann erledigt. In der Holzkiste hier ist kein Platz mehr, oder? Oh, da liegt da noch ein Schwert drin. Das gehört da natürlich nicht rein. So. Dann legen wir die Hölzer dann auch hier rein. Das ist okay. Das ist Lightwood. Das ist auch Lightwood. Das können wir doch zusammenlegen. Das ist Fruit. Ne, die passen nicht zusammen. Das ist Hardwood. Das ist auch Hardwood. So. Hier haben wir wieder Erdzeugs. Die können wir zusammenlegen. Dieses Erdzeug, das nervt mich eigentlich schon ganz schön. Hier ist auch noch Erde drin. Gut. Steine. Jetzt brauchen wir Steine. Nehmen wir uns mal die 154 Stück hier. Da sind auch noch 300. 100. So. Dann gucken wir mal. Das wäre eigentlich schon ganz nett, wenn wir jetzt hier an der Häusermand hier so entlang gehen würden, oder? Das ist mir natürlich jetzt gerade der Zaun im Weg. Muss man den halt einsammeln. So. Gut. Wir starten mal hier. Jetzt muss man hier drauf achten, dass wir auch bis zum Boden kommen. Geht ein Stück weiter. Wir werden unser Territorium etwas vergrößern dabei auch. Ah, noch eins dran. So. Entschuldigung. Ich muss kurz husten. Da ich mit einer Erkältung geschlagen bin. So. Und jetzt machen wir hier einfach noch den Zaun etwas höher. Jeweils zwei Felder. Hoffentlich komme ich bis vorne hin. Das geht. Das geht. Das geht auch. Dann können wir die Zäune nämlich für was anderes verwenden. Für was habe ich mir jetzt noch nicht ausgedacht. Jetzt können wir natürlich hier nicht mehr durchgucken, oder? Vielleicht doch zu hoch. Vielleicht doch zu hoch, ne? Da ist eine Ziege. Die ist jedenfalls nicht reingekommen. Ich weiß nicht. Vielleicht muss ich das nochmal wegmachen hier. Hier ist glaube ich jetzt zu niedrig. Ich weiß nicht. So. Aber das ist eine Höhe. Da kann man jetzt drüber gucken. Das müsste eigentlich ganz okay sein. So. Wir nehmen nochmal die vier. Und werden mal hier... Huch. Ich bin abgedrängt worden. Das müssen wir die Zäune einsammeln. Mal gucken, wie weit wir kommen heute. Mal gucken, wie weit wir kommen heute. Das ist wohin? Das ist da. Huch. Der sitzt falsch. So. Ich weiß nicht, ob die Mauer hoch genug ist, dass hier keine Ziegen drüber kommen. Und nochmal die vier. Bis wohin? Bis wohin? Ja, würde ich sagen. So. Der Knubbel hier muss weg. Und dann, und dann, dann geht's hier hoch. Und dann, dann machen wir wieder einen Türsturz. Das ist natürlich die Frage, ist die Mauer hier auch hoch genug, damit hier keine Männchen reinkommen und keine Ziegen reinkommen und solches Zeugs. Ich glaube, hier machen wir jetzt einfach mal so ein... Das zerstört natürlich hier so ein bisschen das Bild dann. So eine Steinkante. Das mache ich mal testhalber hin. Aber wir gucken mal, ob das überhaupt nachher gut aussieht. So, hier unten haben wir ja auch auf. Das ist ja eigentlich auch... Machen wir mal zu. So, und hier würde ich gerne noch eine Tür reinbauen. Aber das machen wir dann nicht mehr in der Folge hier. Immer noch ein paar Zäune. So, dann hätten wir das Ganze hier eingezäunt. Ja, also... Ich muss schon sagen, also... Mit... Den... Anderen Zäunen sah es irgendwie schöner aus. Muss ich schon sagen. Ja, also... Ganz eindeutig, das sah schöner aus. Aber vielleicht könnte man die ja auch noch hier oben draufsetzen. Ich weiß nicht. Aber wir versuchen das mal in der nächsten Folge. Da werden wir mal rausfinden, wie das Ganze so aussieht. Was wir da so machen können und was man da so tun kann. Vielleicht setzt man hier auch noch ein paar Fackeln drauf. Das wäre eigentlich auch eine Idee. Versuche ich gerne nochmal hier drauf zu hüpfen. Das geht sogar. Und jetzt versuche ich hier rüber... Und mich rüber zu hangeln, ohne dass ich abstürze. Ja, das war klar. Eins zu hoch. Gut, nochmal die 4. So, das wäre also die Höhe, die wir auch hier drüben haben. Das würde ja dann hervorragend passen. Jetzt gucken wir uns mal an, wie das Ganze so aussieht. Hier haben wir so einen Torbogen jetzt. Da fehlt ein Stein. So. Mhm. Mhm. Also die Kleinen kommen glaube ich hier nicht drüber. Ich weiß nicht, ob so ein Bierram davon abgehalten wird. Aber das gucken wir uns dann halt mal in einer der nächsten Folgen an. Bis dahin. Macht's mal gut. Und wie immer, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr irgendwie eine Idee habt, was wir noch bauen können. Oder was ich vielleicht falsch gebaut habe. Oder was ich daran nicht denken sollte. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.